Neue Runde, neues Glück. Dann müssen wir da hinten einen langen Weg lang, dann müssen wir gar nicht dadurch hier. Bei dieser Schlucht liegt der. Ich hoffe, wir haben immer noch die gleiche Tageszeit. Das ist das reale Leben. Hier haben sie eine kleine Warnung zur Verbindung von Feuerwerkskörpern eingebaut. 34,5 Kilo. Aber nicht die, die die Hand verlieren. Ja, ich versuch's. Aber nachher werden wir alles einfach wegpacken. Auch die guten Klamotten so irgendwie. Weil wir haben ja gesehen, die haben uns ja selbst die Klamotten weggenommen, die Schweinebacken. Die Schweinebacken. Ah. Ja, man könnte auch hier schon mal gucken. Da müssen wir uns vielleicht gar nicht mit den Wölfen auseinandersetzen. Aber wenn das eine Schlucht ist, dann werden wir da gar nicht runterkommen. Also unbeschadet. Ja, laut dem Herbst sind wir in der Nähe. Da sind Krähen. Aber die sind ein bisschen weiter weg. Blackpawling. Siehst du, das ist die Schlucht hier. Und da liegt der Typ. Ja, aber das ist der nicht. Platz für einen Blutverlust. Okay. Das ist der nicht. Hm. Hält die Klappe rund. Erstmal desinfizieren. Kommt der da jetzt nochmal? Oder kommt da der Nächste? Alter, der hat noch nicht genug. Nein. 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 Tu mir leid. Crank. Aber nicht die Hand verlieren. Nein. Diesmal habe ich die Hoden verloren. Ich sage nichts. Freib der Kadaver. Ich sage auch nichts, Kadaver. Er ist noch nicht mal geladen. Entschuldigung. Das war jetzt einfach zu köstlich. Da fliegen die Krähen. Ja. Bestimmt über meinem Kadaver. Alter, war das cool. Oh. 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 Häusper. Oh. was sonst legen wir direkt in die große kiste ich lege mich direkt dazu und wie wärs mit speichern bevor ich da vorne rumbiege jetzt ist mir aber warm mal ein paar Tränchen wegmischen alter, wie geil pass auf, die Bügelsäge werden wir nicht brauchen die alte Waffe tun wir mal hier rein den Rest lassen wir so wie es ist dann haben wir 31 Kilo, das ist okay einfach zu köstlich so, viel speichern, neuer Spielstand äh neunter zehnte, dritter zehnte ne, das ist nicht ganz richtig äh aber da hast du gesehen vor über einem Jahr habe ich irgendwie noch einen Spielstand da rumliegen und von den Survival-Modes habe ich, wie gesagt, schon zwei kaputt bekommen so, warum liegt da eine Leiche rum? warum laufen da Wölfe bei der Leiche rum? und das ist nicht der Typ das ist sehr seltsam, weil die Leiche liegt hier und die Krähen fliegen ungefähr hier da drüben da drüben aber auch mehrere Leichen das dürfte ein Wolf sein aber da hinten oh, da müssen wir zuerst hier ähm Wohnwagen, da gab es ja noch so ein Ding ähm Umspannwerk Häftling auf der Flucht weil es gab doch noch mehr Hinweise, oder? ne, nicht mehr Region Schwarzfels echt, du hast das Spiel aber noch nie reingeschaut dann können wir ja demnächst einfach mal zusammen einen neuen Sandbox anfangen ich meine, Aloy habe ich bald durch Winnie spielt hier auf Far Cry 6 und spielt mit mir kein Wallheim und ich habe, wie gesagt, also ich bin wieder super angefixt weil, wie gesagt, ich habe halt auch nochmal in den Sandbox-Mode reingeguckt bevor ich mich hier wieder losgelassen habe auf Salon Dark Winter Mute damit ich so einigermaßen mit der Bedienung klarkomme wie man sieht, hat voll geholfen und das hat mich sofort wieder angefixt das war direkt wieder so yeah klar, ist vielleicht ein bisschen doof für ein Let's Play aber für ein Stream eigentlich ziemlich cool geeignet weil man ja auch teilweise sehr, sehr lange oh okay, also zu den Krähen komme ich nicht oh weil man, äh, sehr lange Wege manchmal zurücklegt kann man immer gut bei quatschen wer das auch gut konnte das ist eine Let's Playerin, die jetzt schon seit Jahren nichts mehr gemacht hat ähm die Kaddi die konnte echt gut dabei quatschen das war richtig cool nee, hier können wir nichts mitmachen mit dem Typen und was ist, wenn der da oben liegt weil das ist ja hier einer von Blackrob anscheinend warte mal, hier liegt ja auch noch eine Leiche hier liegen so einige Tote rum wie kann man da oben hin? wir waren ja eben da oben wie gesagt, wir haben kein Bein und kein Messer okay, wir können den nee, wir zerreißen den jetzt nicht mit unseren bloßen Händen das ist ja eklig wir kommen da never oben hin dann liegt der da unten in der Schlucht, ne müssten wir hier unten irgendwie durch durch die Schlucht wie sollen wir das denn machen? heiliger Scheiß, okay das ist gleich Kaddi ah, doch, da könnte man noch aufkommen komm, man da nuff gucken wir mal ich meine, wäre ja logisch, ne Stromkabel, Elektrizitätswerksmitarbeiter ha geboten ach, ein Jagdmesser so kann man wie Handy oder so ich hab kein Handy nee nee, 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 nee das ist nicht hier es scheint echt da unten in der Schlucht zu sein es sei denn, der hängt da oben ne gut, dann würde ich sagen laden wir alles rein was ist denn unsere Quest? ja, kehre nach Schwarzwald zurück dunkler Stern aufzeichnen muss immer schief Schwarzwald sind aus dem Tresor gelangt finde und lies die blutigen Seiten und mehr über das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis da waren drei von vier haben wir Schwarzwaldgerüchte Sicherheitsmemos über ungewöhnliche Aktivitäten Straf ah ja, die haben wir alle noch nicht gefunden finde Arbeiter 1 finde Arbeiter 2 hatte ich also recht dann waren da eigentlich zwei Markierungen das ist Arbeiter 1 Schwarzwaldspinde okay, Spind Nummer 8 haben wir geöffnet so, bevor es komplett dunkel wird mal langsam den Rückweg antreten noch einmal gucken springe ich mir die Hand weg sterbe direkt zweimal wegen den Wölfen das war jetzt funny und jetzt bleib bitte weg von mir du blödes Puscheltier ja gut dann wollen wir uns noch mal so ein bisschen mit den äußerst sympathischen Insassen auseinandersetzen obwohl wir haben noch ein bisschen Sonnenlicht gucken wir mal eben noch nach den beiden Leichen wir haben ein Jagdmesser verdammt wir könnten also rein theoretisch jetzt auch Köder herstellen da hinten ist noch eine Leiche und da ja hier Hirsche rumrennen ist ja auch nichts mit Wölfen im Moment au das war knapp also ich kann schwören dass das da eine Wolfsleiche Leiche ist Leiche Leiche ja haben wir hier oben was liegt da auch ein Wolf ok na dann time to look for shelter ok machen wir time to look for shelter ok ich hoffe wir haben den Bachmann noch leben lassen die Penner wäre uncool aber naja The Long Dark ist ja nicht gerade für seinen zarten Umgang bekannt auch wenn sie sich am Anfang immer wieder dafür entschuldigen dass er das Verhalten der Tiere aufgrund der geoelektrischen oder geostörung verfälscht darstellen ist ihnen ja bewusst dass Tiere in der freien Wildbahn sich so nicht verhalten das ist echt nett von denen na dann haben wir das gleich ich hoffe echt wir können zum Abschluss noch ein bisschen durch die Gegend suchen so alle Verstecke suchen und also was weil ich glaube Episode 3 das war sehr überraschend dann sind wir dann rausgekommen aus diesem aus diesem Bergwerk und dann ist sie halt ganz alleine da lang und an diesem Strand gekommen und dann die ganzen toten Wale und so konnte man hier nichts mehr machen außer ja warte auf Episode 4 und dann haben wir ein Jahr gewartet glaube ich das mit dem Klavierspieler würde mich interessieren ich bin da nicht so schnell wie der gute Erik kann ich so schnell lesen so alles in den Behälter legen zack nun mal direkt noch das gute Höschen und das gute Unterhöschen da rein tun wir noch das sehr gute sehr gute McKinsey Pullover mit die Handschuhe mit rein und dann hoffe ich einfach mal dass die Jungs mich nachher wenigstens mit dem Mantel hier rauslassen wie ihm eben die Karte da hinschmeißt und sagt ey das sieht aber nicht nach einem Mantel aus ist auch keiner aha steht da und ist schon jemand parat ja er wird ungeheißen sein pst hey ja wir sind wach was ist los ja was ab ja ich bin hier any luck at the power plant if by luck you mean I managed to not get the power back up and running then yeah you could say I had some luck you found them didn't you whoever's out there messing up Mathis's plans not really but I spoke to them again whoever they are they really don't like Donner well then we have to do whatever we can to help them okay but how just keep doing what you're doing we have to find a way to slow Mathis down a little hard to do that from inside a cell maybe not quick get back well well look what my guys found while investigating the old parts of the prison someone is seriously fucking with me someone who clearly knows more about this prison than this should knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary you know anything about this pilot I have no idea what that is sure I figured as much whoever did this took a big risk and went through a lot of effort for nothing we found another way in a big ass key that will unlock the door to solitary or any other door we want it's called dynamite damn it Mathis haven't you done enough to my prison shut your mouth I'll deal with you later listen pilot it's time to get back to work what now detonators can't do shit with this dynamite unless we find detonators since we found the dynamite in one of the machine sheds the detonators should be around somewhere of course we can't find them so I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are you just sit tight and I'll tell you when I'm done you may want to plug your ears but I don't like suck now listen Mathis there's no need for that come on warden don't ruin my fun detonators dynamite is old we kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland that's a nice story wait wait but I know where you can find some I'm listening old mine in the hills just above the prison it was shut down suddenly for safety reasons after the quakes but most of the gear was left up there I bet there are some detonator caps up there interesting you heard the man get going yeah dog time to get back out there wait Mathis just leave him alone I'll do it I'll be quick you better hurry up pilot I think Mathis wants to let off some steam wait Mathis yeah die Mine haben wir ja sogar schon entdeckt also den Eingang haben wir ja gesehen lassen wir uns mal überraschen Kapitel 3 die Zünder ich habe einen dicken Schlüssel gefunden der nennt sich Dynamit er denkt echt er wäre irgendwie ist egal denken so einige so was haben sie uns genossen ein paar Streichhölzer haben sie uns mitgegeben und eine Dose dann können wir das Hut verwenden alter wir machen dass selbe Spiel wie immer wir hauen uns erstmal eine Runde aufs Ohr wie viel noch haben wir kurz vor morgen grauen wir sind aber gut dabei das heißt wir können sowieso maximal eine Stunde pennen obwohl ja wir sind ja nicht im Survival Mode schauen wir mal schnappen uns erstmal unsere Krempel und dann gehen wir mal in die warme Stube dann kicken wir mal eben was alle sagen die sind nämlich fast voll ja für den Streichhölzer möchte ich nichts hier lassen und davon auch weniger Klamotten haben wir alle an aber sind das alle unsere Klamotten ja der McKenzie Pullover die zweite Hose okay ich brauche nichts essen nichts trinken ei 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 ja so den einen Revolver den können wir hier lassen aber doch eine Plastikdose ne bügelsäge bügelsäge nehmen wir mit schlafsäge brauchen wir so oder so wir brauchen Weicheisen Qualitätswerkzeug wir müssen im Moment nichts wirklich reparieren den Stoff können wir hier lassen jetzt habe ich nach links sortiert das heißt der rutscht jetzt immer weiter nach unten wir können einen Energydrink hier lassen Magnesiumfackeln nehmen wir mit brauchen wir so viele wir können uns mit Schusswaffen verteidigen der Handabreißer jetzt habe ich die Hagebutten rübergetan ist egal das sind sie ja ich habe nur einmal Hagebutten rübergepackt ja wir brauchen wenn nur eine Dose erstmal getrocknete Leder brauchen wir im Moment nicht und wenn dann können wir es hier rausholen das Jagdmesser okay ich weiß schon was wir machen wir werden die Zeit nicht mit Schlafen vertrödeln wir werden erstmal das Gewehr hier reinigen boah was für Geräusche ickelhaft das sieht gut aus die Waffe müssen wir nicht reinigen so dann haben wir noch das Jagdmesser bekommen ja das ist eigentlich ganz gut aber das schärfen wir trotzdem nochmal so dann schauen wir mal eben nach den Klamotten die sind weg alles ist unfair alles ist so unfair meee heul doch ähm 33% verbräuchte altes Leder das gehört für Leder Stoff dann nehmen wir mal eben das da bist du da ein bisschen Stoff und das Leder reparieren wir mal eben die hier und 87 87 74 aber für die brauchen wir auch Leder ne aha dachte gerade warum immer so ein gutes Werkzeug obwohl wir schon so viel genäht haben hat er nur nicht das älteste Nähzeug ausgewählt okay wir haben noch Stoff das heißt also wir könnten noch ein bisschen was reparieren immer noch Stoff das hieße eine Ungerbuchse ja die anderen sind relativ gut in Schuss ah ne wir haben keinen Stoff mehr okay äh es ist hell 32 Kilo tragen wir so einen Dreitchenhalb schauen mal eben drüber ob wir irgendwas Unsinniges noch dabei haben ja ich weiß der Birkenschüssling komm Birkenschüssling und Hage Butten wir kommen ja eh wieder vorbei und dann machen wir uns mal auf den Weg also wir sollen ja hier runter zur Dingens warte mal wir sind hier lang dann haben wir vor der Brücke einen Weg gefunden bei diesem Auto ja das hieß aber wir könnten eventuell hier mal in die Schlucht mal gucken nach dem Verschwunden das ist außerdem das gesamte Gebiet das gesamte Gebiet ist gemeint also auch der See ja wir können hier die Zünder holen und dann uns mal die Gegend noch ein bisschen genauer angucken das ist aber nett das sind da drüben ach nee das sind die von eben aber die weisen auf jeden Fall darauf hin dass da jemand liegt das könnte der Kraft wechseln Mitarbeiter sein es geht soweit gut essen trinken apropos ich habe kein Wasser geachtet haben wir noch Liter dabei ich will jetzt erstmal sehen ob ich richtig liege außerdem dürfte das in der Nähe von dem Versteck hier sein da haben wir auch schon wieder ein Kadaver voraus und Wölfe ach ja klar lass mal eben schauen die ist durchgeladen wir haben aber neue Munition bekommen die hier ist durchgeladen unsere Leuchtpistole hat eh nur noch einen Schuss also zwei insgesamt ja dann ok wegstecken überraschen lassen und wie gesagt je nachdem oh direkt zwei Wölfe wieder könnte man mit Ködern arbeiten aber glaube ich kommen wir im Moment wieder nicht drumherum auf den armen Wolf zu schießen ich bin schon mal froh dass wir uns diesmal nicht mit Timberwölfen kommen das ist ja eigentlich normal hier die wollen den Ruhe fressen und ich latsche hier rum wir können auch hier drüber klettern der ist aber ein bisschen weiter entfernt fürs Fresschen der andere Wolf hat sich verdrückt gut ja McKenzie ich kann nichts dafür dass du deine Jacken immer wegtust ich habe gerade so eine schöne Jacke gefunden und du kommst mir jetzt wieder hier ohne Jacke aus dem Dings und hast noch nicht mal mehr eine in deinem Spind wir haben aber auch keinen Hinweis also da oben waren wir ja keinen Hinweis auf den zweiten Mitarbeiter eventuell bekommen wir den ersten wenn wir den ersten gefunden haben da ich keine Kohle und kein Sedanholz mehr habe sollten wir mal ein bisschen für Nachschub sorgen das ist wieder die Kletterecke so weit entfernt für das Versteck ich wollte ich wollte eben eigentlich mal gucken so auf meinem YouTube Kanal wann ich das erste Mal Ballon Dark gespielt habe habe ich aber vergessen leider schon ein paar jährchen her wie gesagt McKinsey ich habe jetzt überhaupt kein Mitleid mehr mit deinem Garebe du hast deine gute neue Jacke weggepackt und hast sie nicht mehr wieder gefunden können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen mal ein bisschen bequem hinsetzen Freunde ist ja alles stressfrei im Moment jetzt sind wir komplett dran vorbei und soll irgendwo da drüben sein wie viel von den Ästen haben wir vier komm nehmen wir noch einen mit wir kommen niemals hier hoch einzige was wir uns dazu ziehen ist eine Verstauung ja 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 McKinsey wie gesagt kein Mitleid das ist ja auch wieder ein riesen Umweg da war eine Scheune das Umspannwerk war auch ganz gut aber hat der innen keinen Kanonen Hufen was für schönes Wetter das ist cool so hier geht es zur Mine soweit ich das ach ne da runter geht es zur Mine und hier what Penetary ich will den Weg mal folgen weil dem sind wir so glaube ich noch gar nicht gefolgt eventuell noch eine Entdeckung wert oder so links von uns sind Wölfe und die Gegend konnten wir uns noch nicht angucken bei Tageslicht ne mit dem mit dem Versteck naja er will sich kurz hinlegen ja alles klar heute nicht mehr was schreit denn hier so die haben nach Kaninchen ne ok da ist ne Ruine das ist nicht die Scheune die soll da hinten sein drei Wölfe ich würde die Ruine gerne mal begutachten luck polling luck polling Bartpflicht ähm dann noch vier Verbände aber ich hab keine Hage Butten mehr ne auch mal zwei fallen ok na gut der hilft ja eh nur bei Durchfallen ne also von daher da hinten ist die Scheune da waren wir auch noch nicht dran oder Wölfe ah die haben die Fährte aufgenommen das ist übel noch mal ein Brecheisen brauchen wir nicht Fächer müssen wir alle drei abknallen weil die auf dem Kriegspfad sind der ist da hinterm Baum und der andere da drüben soll nicht das sind vier Würfe Alter Fährte stärke Brellung ist okay wir haben immer noch die Fährte Fährte aufgegeben Heilige Scheiße Riss in der Klamotte und starke Brennung Warte mal hier drin sehen wir das besser oh die ist aber Schrott die Mütze die können wir wegschmeißen ja die Handschuhe sind immer alles klar haben haben die sich einfach auf dem Kriegsfad gegeben die Schweine das war in Episode 3 irgendwie mit diesen Timberwölfen das war immer ganz übel wie gesagt da sollte ja eigentlich die blaue Leuchtfackel unheimlich gut helfen hat sie aber nicht das ist die Patch wurde Schlafsack brauchen wir nicht noch einen Stacy's Cola äh Limo gute Wollmütze ah Spinschlüssel Nummer 3 bin glücklich so schauen wir uns mal die Klamotten an der ist wärmer aber nicht also der schützt nicht so stark vor Wind wäre besser bei Nässe ist aber auch relativ kaputt oder oder wir ziehen ihn mal an haben keinen Stoff okay da müssen wir was auseinander nehmen ja die Sonne bewegt sich ich denke das wäre in der Mine also das wäre in der Mine da scheint Gewehrputzzeug zu liegen das wir in der Mine auf jeden Fall nochmal Unterschlupf finden Signalpatronen zwei Stück wir sind reich oh Cedern Fug gerade wo wir zu schwer sind ähm Wasser auf die können wir auffüllen Davon könnten wir dann ja warte fürs Täternholz lassen die liegen ganz einfach nochmal nach von A bis Z so äh nehmen wir das Täternholz lieber mit Tannenholz dann haben wir jetzt schon drei Stunden Brennzeit ein Beil wir sind zu schwer das ist mir jetzt aber echt Wurs Recyclete Dose Die fucking Bügelsäge ich muss sie aber auch mit mir rumschleppen too much stuff to carry den schlafsack haben wir bisher auch nur zweimal kurz gebraucht in den höhlen oder in den grotten waren ja immer waren ja immer betten zwei kilo zu viel ist genau das alles also das Tannenholz würde ich schon gern mitnehmen da so ungefähr zwei Stunden Brennzeit mit ja geht doch das ist ein Hirsch ah den Rest trinkt man hiervon immer noch zu stark beladen das ist Tannenholz dann liegen wir das Zehnanholz ab okay warum denn immer noch 36-3 was geht denn jetzt ab puh Spitzenfürsiche zack 353 ja denn einmal Hundefutter 23 so ein Miest okay merken Scheune können wir uns noch Essen abholen haben wir noch gar nicht reingeguckt ne ja wegen dem Beil stimmt Schuss auf den Putzset große Schießpulver jetzt sind wir wieder überladen ich brauche einen Unterschlupf wo haben wir hier einen Unterschlupf eigentlich gar keinen wir könnten uns ein bisschen ins Auto setzen einfaches Werkzeug pass auf das lassen wir hier merken wir uns als Scheune haben wir ein paar Sachen da gelassen ich hoffe wir brauchen die Bügelsäge nicht Tannenholz Bügelsäge die kommt jetzt weg jetzt sind wir auf 34 Kilo runter wir müssen uns ein bisschen wir brauchen das Tannenholz wir müssen gleich einen Unterschlupf finden und schlafen so Wärme brauchen wir hier in der Nähe da der Bauernhof das überleben wir nicht ich und meine Abstecher es sei denn wir hätten hier einen Wind geschützter Ecke ich und meine Abstecher verstehst du oh das wird so eng Alter Rrrr Wärterunterkünfte Scheune ja super okay wir können eigentlich auch schon laden das ist zu knapp ja schaffe ich nicht mehr noch wieder in die falsche Richtung zack 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 ich probiere es trotzdem noch was soll's ne wir finden hier nix mehr schade eine Minute halt ja das ist nicht so lang sechs Minuten zwar in dem Auto okay also haben wir schon dann können wir das direkt weglegen das alte Holz dann gehen wir mal da hoch da sind wir ja schon das ist okay mit Handy 34 Kilo dann hatten wir hier noch das Prozent ne okay 34 Kilo dann noch als ne nehmen wir den hier alles klar also hier hätten wir auf jeden Fall richtig fetten Überlebensstuff wo kommen wir denn hier hin komm da hoch zählernast paar Geburten acht Stück echt ziehen ich glaube wir brauchen 24 ne hier gibt's noch Bartflechte 35 22 Mist aber die Hagebutten die werden uns gleich das Leben retten wenn ich überhaupt so weit komme Alter wo bin ich denn jetzt hier gelandet ich immer mit meinen Ausflügen aber geil an der Schlucht ich immer mit meinen Ausflügen verstehst du warte mal lass mal eben gucken ja man braucht die Hage um das aufzukriegen ja das halbe Leben ist nicht viel wert bei der Kälte bei den Klamotten die wir anhaben also straight on rechts halten hier hoch der Kadaver bin wir eben afkast kommt nie wieder kommt nie mehr wieder hat sich bestimmt die Hand weggesprengt so wie ich eben ja gut wir müssen bei der Ruine dann rechts hoch alles klar holla die Waldfäden doch wir müssen bei der Ruine dann gut sch 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 Vielen Dank.